Hello und zurück zu einem neuen Video. Wie ihr vielleicht wisst, war ich vor kurzem zusammen mit Shanti für einen Koya-Dreh auf Teneriffa und da durften wir einige coole Sachen erleben. Es war auf jeden Fall ein richtig cooler Tag und was wir alles gemacht haben, werdet ihr jetzt in dem Video sehen und ich würde einfach mal sagen, let's go! Shanti, wo ist die Tür? So, da kommen wir wieder rein. Liebe Ischda, herzlich willkommen in Spanien. Wir haben jetzt keine Roaminggebühren mehr im EU-Ausland. Wir möchten dir deshalb einige Tipps für deinen Aufenthalt auf Teneriffa geben. Waywatching, Delfine, Schildkröten, Mondlandschaft, Aloe Vera, Taide, Maschaschlucht, Paella und der Sonnenuntergang. Viel Spaß und auf eine gute Zeit, dein Koya. So, es geht jetzt zu unserem ersten Stopp. Und zwar geht es jetzt erstmal aufs Speedboat. Und vielleicht werden wir sogar Wale oder Delfine sehen. Wir sind beide schon sehr aufgeregt. So, wir sitzen jetzt hier schon auf dem Boot. Das ist so ein Speedboat. Und das kann wie viel? Okay, 350 PS. Alter. Oh, wir dürfen es auch mal fahren. Ja. Oh Gott, schau dich mal wie nahe ist. Oh mein Gott. Wow. Oh mein Gott. 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 Ja. Wir gehören uns jetzt an Eis und dann geht es zum nächsten Stopp. Ok Leute, jetzt gleich geht es los. Ich bin jetzt hier an einer Stelle stehen gewesen und es ist so heftig. Ich bin jetzt hier an, ich bin jetzt hier an. Es ist so heftig, aber es hat mich richtig bereugend irgendwie. Ich bin jetzt hier an, ich bin jetzt hier an, ich bin jetzt hier an. So und das war es doch schon für den Video. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Ein riesen Dankeschön geht an dieser Stelle auf jeden Fall an Vodafone für die Zusammenarbeit und dafür, dass wir einfach so einen coolen Tag erleben durften. Ihr könnt jetzt mit Koya auf dem Ausland immer connected bleiben und außerdem habe ich jetzt noch eine richtig coole Verlosung für euch. Und zwar kann einer von euch das Smart Primes 7 von Vodafone gewinnen. Und das Besondere ist, dass auf diesem Handy alle Bilder und alle Videos sind, die scheint euch an dem Tag gemacht haben. Das heißt exklusives Material für den Gewinner. Die gibt es sonst nirgendwo anders. Ich fand es war eine mega Idee und ich hoffe, ihr freut euch auch über die Verlosung. Das einzige, was ihr dafür tun müsst, ist einmal auf den Link in der Infobox klicken und erkennen, was wir da ganz nah dran fotografiert haben. Und dann nehmt ihr auch schon teil. Ich drücke euch allen auf jeden Fall ganz fest die Daumen und dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bye! 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 Bye!